Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Wir sind heute jetzt bereits in Wien unterwegs, also wir haben die Berge verlassen. Denn es steht ein Zuschauertreffen an, denn wir versuchen so viele Liegestütze wie möglich zu machen. Also ich bin gespannt, wie viele kommen und natürlich auch, wie viele Liegestütze wir schaffen werden. Und außerdem, Freunde, geht es heute Abend zu den Austrian Video Awards. Da sind wir auch nominiert, das heißt wir als Community mal schauen, ob wir da abräumen werden. Denn durch eure Unterstützung, Freunde, bin ich da eben nominiert und da dachte ich mir, ja gut, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich war noch nie auf so einer Veranstaltung. Mal schauen, was uns da erwartet. Ich bin schon mega, mega gespannt, ob wir da überhaupt eine Chance haben, beziehungsweise was da auf uns zukommt, genau. Ja, Freunde, wir dürfen jetzt bei Paulinas Freundin Laura übernachten und wir müssen uns jetzt umziehen, denn es geht ja jetzt zu den Awards. Also rein in das Kleid und rein in den Anzug. Ja, Freunde, so, jetzt sind wir umgezogen, bereit, Paulina, richtig fresh am Start. Ich auch im Anzug. Also ich muss sagen, ich wäre lieber im Pro-Shift-Anzug gekommen, aber das würde einfach nicht so zum Kleid passen. Zum Jumpsuit. Ah, zum Jumpsuit. Das erinnert mich irgendwie an das, ihr bestimmt mein Leben für 24 Stunden. Da war ich auch mit dem Anzug unterwegs. Also Freunde, ich muss echt sagen, ich habe absolut keine Ahnung, was uns da erwartet. Ich auch nicht. Null Plan. Ich bin ein bisschen nervös, ich weiß ja nicht wieso, aber wenn ich nicht weiß, was auf uns zukommt, ich bin so so, ah, grün, grün, grün. Bis im Moment, Freunde, wenn wir hier einfach lost sind und einfach so mal richtig merkt, ja, man kommt vom Land. Ja, Freunde, ich muss sagen, ganz ungewohnt hier im roten Teppich für uns. Also es ist ein guter Andrang hier. Alle sind mega schick angezogen. Wir auch. Wir auch. Wir auch. Die Kategorie Sport begeistert jährlich Millionen von Abonnenten und hat auch dieses Jahr wieder einige Knaller parat. Sascha Huber hat den Beast Mode an. Am liebsten motiviert der 27-Jährige Millionen Fans im Netz Sport zu machen. Schauen rein, wer gewonnen hat. Ja, gewonnen hat Sascha Huber. Gratuliere zum Award, es ist dein erster. Dein Kanal ist ja wirklich in den letzten Jahren explodiert, könnte man meinen, oder sagen auch. Ja, echt, es ist mein erster Award. Also für mich ist es wirklich ungewohnt, da zu stehen und es fühlt sich irgendwie crazy an, aber es ist echt ein schönes Gefühl und es explodiert echt und das kann ich meiner Gnudi erst einmal zu verdanken. Sascha Samy, ihr seid wirklich die Besten, muss ich so sagen. Und auch Paulina, liebe Grüße gehen raus zu dir da hinten. Danke für deine Unterstützung und auch an meine Familie natürlich. Danke für alles und ja, das wollte ich mal sagen. Eine geile Geschichte, eine Million Liegestütze für UNICEF hast du gemacht. Habt ihr es geschafft? Und wie hast du es geschafft? Wir haben das Ganze vor fünf Tagen gestartet. Wir versuchen eine Spendenaktion zu machen und wir haben jetzt bereits 700.000 Liegestütze geschafft. Super, vielen Dank. Dann steht es euch zusammen für das Siegerfoto. So Freunde, ja, jetzt haben wir das Ding wirklich nach Hause geholt. Also ihr seid der absolute Wahnsinn. Vielen, vielen Dank nochmal für eure heftige Unterstützung. Ich habe natürlich nochmal auf der Bühne auf die 1-Million-Liegestütze-Challenge hingewiesen, beziehungsweise haben wir darüber gesprochen und das war mir sehr, sehr wichtig, das Event auch dafür zu nutzen. Und jetzt geht es direkt weiter, denn wenn ich schon mal in Wien bin, nutzen wir das Ganze auch für einen guten Zweck und ballern paar Liegestütze raus am Stephansplatz in Wien. Ich bin dann echt gespannt, ob der eine oder andere da kommt und wie viele Liegestütze wir da schaffen, aber sicher wieder einige. Wie es Bescheid von Europa, günstige Supplements, findet ihr unten in der Videobeschreibung, aber auch Trainings-Equipment, Trainings-Outfits und so weiter. Und mit dem Code Sascha10 habt ihr die absolut meisten Vorteile. Und das wird auch immer so bleiben. Das heißt, viele Gratis-Produkte, jede Woche 100 Euro Gewinnspiel an jemanden, der bei Process mit dem Code Sascha10 bestellt hat. Welche Gratis-Produkte da sind, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und zeigt die 1-Million-League-Stütz-Challenge auch gerne euren Lieblings-Youtuber, vielleicht kennt ihr sie noch gar nicht und würde womöglich auch gerne mitmachen. Freunde, für den guten Zweck sind einige da, nämlich hier alle sind da! Hast du dich auch abonniert? Wir warten in 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Wir warten in 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Das ist schon wieder nix! Mega viel los, oder? Ja, mega mega viel los. Also ich habe echt nicht damit gerechnet, dass so viele Leute kommen, und dass wir so viel, vielen guten Zweck erreichen können. Also wir haben jetzt noch lange nicht alle Liegestütze gezählt, aber wir haben jetzt schon über 2.000, also das hat sich jetzt schon ausgezahlt. 2.641, liebe Laura, zählt damit, also echt der Hammer, danke dafür. Wir haben hier einfach eine Handlung signiert, läuft, geile Idee, danke, du bist so krass ohne Schloss, danke, ich sag danke. Wie ist die Stadt? 5.022, danke, du hilfst so vielen Menschen, du stellst dich auf YouTube, verlangst eigentlich für nichts, gibst du so viel wieder, für Leute, die halt einfach dastehen und vielleicht in ihrem Zimmer hocken und nicht wissen, wie sie weiterkommen, vielleicht kein Selbstbewusstsein, du gibst den Leuten einfach eine neue Hoffnung in manchen Situationen und ich wollte mich einfach dafür richtig fett bedanken. Sehr gerne, das ist auch das Ziel von mir. Danke dir. Es ist immer schön, man zielt sich, ich krieg's ja auch zurück von euch. Ich sag danke, ich sag danke. Reise Worte, reise Worte, reise Worte. Hier ist die Ehrengüdie, die wir haben versammelt, es hat mich mega, mega gefreut, dass ihr alle da wart, umso schöner zu sehen, dass man auch hier, äh, Follower hat, eine geile Community hat. So, jetzt wieder endlich zu Hause angekommen und ich kann's immer noch nicht realisieren, was da jetzt wirklich los war. Also, es war einfach zu heftig, Freunde. Danke an alle, die gekommen sind, danke an alle, die mit mir gemeinsam Liegestütze rausgeballert haben, eben für den guten Zweck. Freunde, wir sind einfach die heftigste Community, fast schon Familie, würde ich sagen, es ist zu krass. So, ja und Freunde, allein schon die Geschichten, die ihr mir erzählt habt, also was ihr durch meine Videos kostenlos erreicht habt, beziehungsweise wie ich euch motivieren und euch helfen kann, das ist einfach eine unglaubliche Inspiration für mich gewesen, weiterhin für euch qualitativ hochwertigen Content zu produzieren. Es war auch richtig nice zu sehen, wie viele von euch mit Process-Klamotten aufgetaucht sind und wie heftig euch die Process-Produkte helfen, beziehungsweise euch unterstützen, das freut mich extrem. Und jetzt aufgepasst, Freunde, da ist das Ding. Da ist der Award für die Kategorie Sport, da haben wir abgestauft, Freunde, wir als Community, wir gemeinsam haben das geschafft und ich bin mächtig stolz auf euch. Vielen, vielen Dank, dass wir als Community, beziehungsweise als Familie schon fast hier abräumen durften und einfach alles zerstört haben. Ist schon krass, wenn man so viele YouTube-Videos produziert und dann eben dafür ausgezeichnet wird und vor allem in der Kategorie Sport abräumt, das ist natürlich dann das Heftigste. Weil ihr wisst ja, Freunde, Fitness ist einfach mein Leben und das gemeinsam mit euch zu teilen ist echt mega schön. Vielen, vielen Dank nochmal. Ja und das Heftige ist, jetzt geht die Challenge erst richtig los. Viele Ehren-YouTuber sind mit am Start und es werden immer, immer mehr. Sogar das österreichische Militärfreunde war jetzt auch schon mit am Start, beziehungsweise ist auch mit am Start. Ich werde am Sonntag um 18 Uhr, schreibt euch das mal direkt groß in den Kalender rein, auf YouTube einen Livestream starten, bei dem wir auf die heftigsten, ja, eine Million Liegestütz-Challenges reagieren werden. Und ihr wisst, Freunde, ich bin selbst Milizsoldat und da ist es natürlich umso krasser, dass sich das österreichische Bundestag dazu erklärt hat, mitzumachen. Es ist einfach zu heftig. Und der aktuelle Stand der erreichten Liegestütze liegt jetzt bei 789.314 Liegestütze. Holy Moly! Und Freunde, es ist einfach zu heftig, wir haben bereits über. Und jetzt haltet euch gut fest. 21.500 Euro an Spendengeldern für den guten Zweck sammeln können. Wuuu! Ey, das macht mich einfach sprachlos heftig. Und ich aktualisiere natürlich täglich für euch den aktuellen Stand der erreichten Liegestütze. Nehme mich auf meinem Instagram-Account, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Außerdem findet ihr natürlich auch den Spenden-Link direkt unten in der Videobeschreibung. Da seht ihr, wie viel, ja, Spenden wir bereits sammeln konnten. Und da könnt ihr natürlich auch noch gerne den einen oder anderen Euro selbst spenden. Und Freunde, auch ihr habt so tatkräftig mitgemacht und dafür möchte ich einfach mal Danke sagen. Und es ist natürlich noch nicht zu spät mitzumachen. Es gibt bis Weihnachten einfach Hashtag 1-Million-Liegestütz-Challenge rein in das Video. Einfach hochladen und fertig. Ihr könnt mir das Video natürlich auch gerne einfach privat auf Instagram senden. Da zählen wir das Ganze auch jeden Tag. Freunde, habt ihr bereits mitgemacht? Schreibt es mir mal gerne unten in die Kommentarbox, beziehungsweise wie findet ihr diese Spendenaktion. Schreibt es mir gerne unten rein und lasst mir auf jeden Fall jetzt einen fetten Daumen nach oben da, wenn ihr diese Aktion feiert. Das war's jetzt aber auch schon wieder, Freunde. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Sascha. Peace! Das war's jetzt.